Wie viel Energie ich... Ach, wie viel Munition ich noch... Scheiße, ich habe keine Munition mehr hier für meinen Impulsgewehren. Das ist scheiße, aber dafür habe ich wieder ein bisschen hiervon eingesammelt. Das ist auch okay. Und Energie habe ich auch nicht mehr so viele. Und wenn ich wollte, könnte... Oh, ich habe das... Damit! Damit! Das Ding hier hätte ich einfach nur benutzen müssen. Und ich sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr von Stase benutzen, weil davon haben wir gerade ziemlich viel auf Reserve. Was bist denn du? Nee, du nicht. Du! Du auch nicht. Du! Ein Audiolog. Na super. Wenn es einer dieser Unitology-Buster ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Hilfe mit den Werkzeugen. Tempel, out. Halt den Rand, Denvers. Na gut. Und irgendein Vieh macht hier tierisch Randale. Keine Ahnung, was das für ein Vieh... Ja, du bist... Prassend. Na, äh, hallo? Würdest du mal bitte aufhören zu verschwinden? Äh... Was denn? Äh, da ist noch einer. Aha, der ist hier abgehauen. Muss ich ja... Nein, ich kann hier natürlich nicht rein. Mann, ey, dass Isaac auch nicht springen kann. Das ist echt, äh... Mega anstrengend. Hier ist eine Speicherstation. Soll ich die nutzen? Und wir verstümmeln mal besser jede Leiche, die wir sehen. Bevor hier noch, äh, diese komischen Flatterfiche auf die Dumme, äh, auf die Dumme hier kommen. Diese zu benutzen. Boah, ist das dunkel hier. Aber hier ist was. Stase-Park schon wieder. Ich benutze zu wenig Stase. Vor allem in brenzlichen Situationen sollte ich mal mehr rechte Maustaste und C benutzen. Hier geht's wahrscheinlich auch weiter. Oh, shit. So, hier war nichts mehr. Wollte nur mal kurz sicher gehen. Dann speichere ich ab, wenn mir das schon angeboten wird. Ja, ich weiß, ich bin voll die Schissbrooks. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bin ich halt? Nein, bin ich nicht. Ich meine, bin ich schon... Nein, bin ich nicht. Ach man, das ist doch scheiße. Ripper. Ja, gut. Okay, wir haben einen Ripper. Äh, jo. Moment. Herunterziehen. Achso, da oben. Jupp. Zack. Tanksequenz aktiviert. Tanksequenz aktiviert. Ausreiten Treibstoff, um mehr Antrieb zu versorgen. Ja, hervorragend. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt was. Ich habe schon alarmt. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Du hast nichts gesehen. Das hast du ja alles eingebildet. Natürlich hast du das alles eingebildet. Hier sind nämlich gar keine kleinen Babymonster und so. Das fühle ich mir auch gerade alles nur ein. Deswegen muss ich mich gar nicht noch gar nicht erschrecken. Und bitte, Isaac, lad einfach nur nach. Warum dauert es bei dir immer so lange, bis du nachlässt? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Lass was fallen, du Drecksvieh. Sagst du, lass was fallen. Ah, sehr gut. Davon habe ich so viel verbraucht gerade. Nachgeladen ist. Dann, äh, jüp. Dann gehen wir hier lang. Ich sagte hier lang. Wo gehen wir denn überhaupt lang? Da lang. Da lang. Ah, lala, lala. Ah, ist auch überhaupt alles gar nicht gruselig hier. Gar nicht. Null, na da niente. Ähm. Da war wieder irgendwas. Oh, genau. Da hat sich einer verpisst. Bereit. 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 Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jo, achso, genau. Natürlich müssen wir hier lang. Das ist klar. Denn, hier oben, äh... War ja, ne? Ich dachte. Genau. So. Was ist das denn hier? Nur ein Schild. So. Hier müssen wir nämlich lang. Können wir auch hier lang? Ist die Tür eigentlich mittlerweile mal auf? Der Kontrollraum? Nein, ist der wirklich. Hoffentlich, ja, ob der nochmal aufgeht. So. Wo gehen wir denn jetzt lang? Können wir wieder abspeichern. Hier ist ein Shop und eine Werkbank. Ich muss da irgendwas an der Werkbank jetzt noch regeln können. Verdammt. Ah, ja, genau. Zur Zentrifuge. Hm. Aber soll ich in eine... Hier war gar keine Werkbank. Was rede ich denn da? Naja, vielleicht kriegen wir noch einen Energieknoten bis dahin. Und ich glaube, ich werde die, äh... Ich werde einfach meinen Anzug noch ein bisschen verbessern bis dahin. Obwohl, war... Ist das der kritische Punkt? Soll ich nicht lieber gucken? Soll ich das durch das Stase-Modul nicht lieber noch erweitern? Ich mach mir jetzt schon... Nee, nee. Ich nehm mehr einen weiteren Energiepunkt für den Anzug. Ich denke, das ist das Wichtige. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht genau. Aber das könnte mich im Moment am wenigsten kotzen. Äh, kotzen. Genau. Es kotzt mich am wenigsten an. Ah. Duftkanister. Nichts. Und zwei weitere. Es spinnt. Medipack. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen vier Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Boah, ich kann hier... Was soll ich denn jetzt bitte machen? Um, äh... Ich will das Medipack auf jeden Fall haben. Ich muss hier irgendwas wegschmeißen. Ich kann doch kein... Ich kann doch kein Staatsmutter wegschmeißen. Ich... Was soll ich sonst machen, oder? Ich glaube... Scheiße, ich möchte es eigentlich nicht, aber... Ehrlich gesagt, ähm... Die... Das Medipack ist mir ein bisschen wichtiger. Deswegen. Ich sollte mehr Stase benutzen. Ah, was... Ah. Eine Werkbank. Komm, verbessern wir jetzt einfach unseren Anzug. Was haben wir hier? Hier noch drin vermutlich irgendwas. Das war eh nicht. Ja, genau. Strahlmunition. Die hätte ich aber sehr gerne. Verdammt. Das ist noch mehr Strahlmunition. Ach, Mann. Komm. Dann machen wir mal unseren Rig. Äh... Ja, Trefferpunkte. Huh. Ja. 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 Und dann, wenn wir schon mal dabei sind... Sind wir so verschwenderisch und... Einmal Luft noch mit. Kann ja auch nicht schaden. So, jetzt haben wir einen gut verbesserten Rig. So. Äh, einmal raus hier. Jetzt halten wir... Genau. Wir haben einen Energiepunkt mehr auf unserem Rücken. Und trotzdem brauche ich... Ah. Einen Shop brauche ich, damit ich, äh... Die Schemata verkaufen kann. War hier ein Shop? Glaub nicht, ne? Oh, was ist denn hier noch? Es gibt so viele tolle Sachen. So, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und... Plasmaenergie auf jeden Fall. So. Also, dann muss wohl noch ein weiteres... Ähm... Stasenmodul dran glauben. Für diese beiden Dinge hier. So. Und weiter geht's. Moment. Wo geht's denn hier weiter? Hier geht's weiter. So. Dekontamination. So. Dekontamination-Sequenz aktiviert. Bitte warten. Hoha, Hilfe. Was passiert? Das ist... Das gehört jetzt alles zum Programm, ne? Hier passiert nichts Schlimmes. So, was machst du denn da drin? Jetzt stört bitte nicht die Dekontamination-Sequenz, sonst, äh... Befürchte ich. Shit. 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 Uah. Lebst du noch? Das war ein Overkill gerade. So, ist noch... Noch einer. Mit einem werde ich fertig. Ich werde noch mit einem weiteren fertig. Wenn die Einzelnen kommen, ist das aber auch kein Problem. Da muss ich noch nicht... Oh, die... Die hab ich ja gefressen. Isaac, bitte. Bitte, Isaac. Mach keinen Dreck hier. Nein, das war nur ein Rohr. Und Isaac lad einfach mal nach, ey. Boah, wieso lädst du so... Scheiße nur nach. Boah, wie ich die hasse. Ich fahre weg halt. Wer lebt denn hier noch? Du nicht. Doch. Oh man, der macht ohne Kopf weiter. Siehst mich doch gar nicht so. Ich fühl doch nicht so. War's das? Lichter gehen wieder an. Die Kontamination-Sequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja. Ich hab auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass dieser Raum dekontaminiert wurde. Kann ich jetzt weitergehen? Kann ich hier weiter? Soll ich hier weiter? Ich glaube ja schon. So. So, rechts-links. Rechts. Okay. Wow, was war denn hier los? Kacke. Und es ist da langgelaufen. Auch was auch immer das hier war. Shit. Aber hier liegen Dinge. und neben... und Gliedmaßen und so. Halbleiter. What? Hier war was. Ich hab was auf meinem linken Ohr. Ah. Jetzt muss ich wieder rumfliegen, oder? Wo geht's hin? Nicht ganz. Oder? Vielleicht? Ja, Luft. Na toll. Oh, ich brauch'n Schaub. Äh. Äh. Möse. Hoho. Komm, jetzt nimm schon. Ach, weg damit. Ähm, ja. Luftkanister nimm mal mit. Speicher noch eben ab. Scheint hier ein bisschen heftiger zu sein, was uns jetzt hier erwartet. Was auch immer das ist. Äh. Ja, nimm mal mit. Ja, ja. Habe ich jetzt auf Ja oder? Nein. Ach, ich hab's auf Ja geklickt. Ganz sicher. Äh. Ich hasse es. So, hier ist keine Luft. Schwerelosigkeit. Nee, hier ist noch Luft. Nur keine... Was muss ich denn machen? Muss ich das hier... Ja, komm. Komm. Komm, 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 komm. Ähm. Ja, wird's mal... Generatormodul angebracht. So. Das ging schon mal. Vielleicht machen wir hier nochmal. C. Und... Äh. Kommt sie dran, Isaac. Sie dran. Sie... Ach, Isaac, Mann. Isaac. Scheiße, ich hätte die... Ach. So. Sehr, sehr gut. War das das einzige Vieh? So, wie... Wie... Wie ging das nochmal? Hier rüber. So ging das. Ähm. So, hier stehe ich jetzt gerade und... Und... Und irgendwer... No way. Isaac, bitte lad nach. Lad mal nach. Hast du nachgeladen? Du hast nachgeladen. Wo ist das Vieh hin? Da. Danke für die Credits. So, das brühen wir nochmal. Einmal Stase und einmal... Chinese. Ich sagte einmal Stase. Und einmal Chinese. Ja, alles klar. Gib mal Ruhe da oben. Ähm... Fehlt noch einer? Das sind zwei... Oder sind das drei... Ist da hinten noch? Da hinten ist noch einer, ne? Das... Leuchtet rot. Oder? Ähm... Zentrifuge aktiviert. Okay.